Werkstatt Na gut, nach unserer Aktion jetzt eben mit dem echt asozialen Killer anders kann man es nicht sagen wobei asozial nicht gegen den Killer jetzt ist sondern halt gegen den Charakter von dem Arsch eben ähm kann ich jetzt ganz ehrlich verstehen, warum einige oh, da hinten lief, ach, das ist die Spuckerin ähm, kann ich verstehen, warum einige nicht kommen, wenn man farmt weißt du, dass die, ähm dass die da vorsichtig mit sind kann ich jetzt, nach der Aktion eben kann ich es auch verstehen, bin ich ganz ehrlich oh, da ist einer am Ruin-Totem ich hoffe, es ist Ruin sehr schön ich bin heute noch nicht einmal entkommen generell, seitdem ich die spiele, glaube ich, noch gar nicht ja, bei ihr liegt es, ich bin ja schon ein paar Mal entkommen natürlich liegt das an ihr ach, die ist jetzt hinter dem einen, ja oh, fuck äh, ich gehe da mal lieber ich weiß, das sollte ich jetzt oder das brauche ich eigentlich nicht weil die ja mit dem und Chase ist ah, hinten höre ich aber was rödeln, das ist gut das bin ich ich bin fast merklich, ich gehe weg von meinem Gen mach den nicht kaputt hatte ich nicht vor heißt aber nicht, dass ich es nicht mache äh, von uns aus rechts war sie also deswegen gehe ich jetzt ich weiß nicht, ob du es siehst weiter nach links nö, ich sehe es nicht du bist dabei, okay natürlich geht sie wieder an meinen Totem ran dein Totem vor allen Dingen was, da läuft Meter weit hinter mir genau aber der macht das gut das ist, glaube ich, der gleiche wie eben der, der Kevin wollte ich gerade sagen wir kommen jetzt auf Kevin der, ähm, von Life is Strange genau keine Ahnung, was mir jetzt alles erzählt von Stranger Things, meine ich ach, vielleicht hieß da ne, da hieß aber keiner Kevin ich wollte gerade sagen vielleicht bin ich deswegen drauf gekommen oh jetzt ist er One Hit er ist voll gespuckt hä, jetzt ist er nicht mehr rot er macht das richtig, richtig gut auch wenn er jetzt voll eine abbekommen hat wir müssen nur hier in der Mitte ist noch einer wir müssen nur gucken dass wir die jetzt nicht alle im Kreis machen ne weil sonst beschützt die wieder nur ein oder zwei Gents in der Mitte was war naja warte, jetzt hat sie den anderen der war doch hinter uns ich muss sagen, es ist echt nervig wenn er die ganze Zeit mit Bindung gespielt hat wir müssen die dann auf dem Char nicht fassen danke wir sind da also von dir aus, äh, Blickrichtung bleibt aber im Chase, so wie es aussieht mhm, wir hätten die schon fertig gehabt wenn du nicht weggerannt wärst ja ja genau, wir nehmen ein paar Sekunden wenn ich kurz vorher weggerannt wäre dann würde ich das nachvollziehen können die haben wir alle das heißt, wir müssen erstmal in dem Ding ist noch einer in dem, lass uns den machen ich hoffe, die kommt hier oh, oder nicht warum wir nicht mehr äh, rechts, da hinten andere Seite ich bin jetzt glaube ich auf einer anderen Seite als du fuck, ich versuche erstmal hier den Aufgang aufzumachen oh oh oh, die hat Dings, oder? und ich bin genau gegenüber von ihr also auf der anderen Seite hat die jetzt, äh, ne Holt oder so eine Scheiße? ja, siehst du doch ich weiß aber nicht, wo das sein könnte ihr geh noch nicht hin ich hab auf 99 er hat's, ne, er hat's nicht das ist was anderes ich hab geliehene Zeit, aber ja, er bringt mir das natürlich nicht viel ja, sie steht direkt vor ihm ja, ich warte, bis es abgelaufen ist dann versuche ich's wie, No, it läuft nicht ab ähm, also jetzt bin ich kein Bonn-Hit mehr ok, sie hängt mich jetzt auf ich komm wieder nicht raus naja, sie steht hier wieder kämpft wieder vor mir was für ein Bad Camper, ehrlich direkt neben dir ist die Feultür aber das bringt dir nicht viel nein, wenn mich keiner runterholen kann bringt mir das nix die nimmt dich doch weg du hast geliehene Zeit, pass auf geradeaus das Tor ich weiß nicht links haben sie glaube ich auch auf 99 oh, die laufen gerade hinter der anderen her scheiße die andere steht auch noch da macht das Tor aber auf dass du rauskommst du bist verletzt ne, ich heil mich eben komm schon, Junge du hast geliehene Zeit los lauf ja, mich hat sie nicht gekriegt aber ihn jetzt gleich wenn er hier stehen bleibt fuck die kämpft vor dem Tor geht doch sie wollte den Blocken ja, sie ist wieder hinter mir ich hab denen gezeigt die sollen zum anderen Tor gehen ich weiß aber nicht ob sie es verstanden haben ach, noch Killer Killer ich hasse es ja kommt Leute das bringt nichts geht raus es ist echt nett aber es bringt nichts oh, fuck geht geht, geht raus sag mir bitte die hat geliehene Zeit ähm ja, hat sie hat sie oh ja und läuft gleich ab fuck, 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 fuck lauf, Mädel lauf, Mädel lauf oh ja geh raus, Junge geh raus nein, der versucht sie zu blenden ist er noch rausgekommen äh, ja scheiße ja, er kommt nicht doch, doch oh jetzt oh Gott oh du bist auch draußen, ne ja das nenn ich mal echt ein legendäres Mitch es war zwar glaube ich nicht so lange aber es war jetzt echt legendär am Ende ja gut, die haben wir auch gerusht die Dinger ja klar, wenn man eine halbe Stunde hinter einem her ist passiert sowas schon mal oh oh I've lost too much time on the beginning ja, ich auch not so much gehen ach so, weil die die ganze gejagt wurden das wahrscheinlich ja ja und Camper, Camper, Camper ja gut, das mit dem Camper das war ganz offensichtlich ich mein, sie stand ja wirklich davor hat sich teilweise nur umgedreht weißt du, wie so ein Michael der dann die ganze Zeit Facecam you didn't hit me you wanted ach so, das hat der Survivor gesagt ja ja genau die anderen drei können Jen rushen genau ist ja nicht die Fehler von uns äh, die Fehler, genau ist ja nicht der Fehler vom was heißt Fehler, ne er muss ja nicht die ganze Zeit hinter dem her rennen er hat ja auch einen von uns jagen können eben weil der hat mich auf jeden Fall gesehen als ich Richtung Jem bin nix time I play was? leather aha leather face ja der ist definitiv schlecht aber gut ich mein, wenn man sich verschlechtern will ich hab mich mal verabschiedet tschüss tschüss